Hallo Entdeckerfreunde, heute schauen wir uns Salzkristalle an. Ja, neulich habe ich mal eine gesättigte Kochsalzlösung gemacht. Das heißt, ich habe ein hitzefestes Glas genommen, da fast kochendes Wasser reingetan und so viel Salz drin aufgelöst, bis es nicht mehr ging. Bis das Wasser satt ist und kein weiteres Salz mehr lösen kann. Das merkt ihr daran, dass dann unten ein Bodensatz bleibt von ungelöstem Salz. Und das habe ich dann abkühlen lassen und habe es mir angeschaut im Zeitraffer, was dann passiert. Wenn man diese Kochsalzlösung dann noch viel länger stehen lässt, und zwar das restliche Wasser verdunsten lässt, dann passiert folgendes, das zeige ich euch mal. Das war mein Becherglas, in dem ich das Salz gelöst habe und dann habe abkühlen lassen und es dabei gefilmt habe. Und das hat jetzt drei Wochen rumgestanden und ihr seht, oben am Rand vom Glas ist ganz viel Salz auskristallisiert und auch am Boden sind Kristalle entstanden. Das sieht also ganz wild aus und die Kristalle wachsen hier so richtig über den Rand. Dann habe ich noch von dieser gesättigten Kochsalzlösung ein bisschen was genommen und auf flache Plastikschälchen getan. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Dann bilden sich nämlich am Boden, wenn man nicht zu viel von der Salzlösung nimmt, sehr schöne Kristallchen. Und die haben allermeist eine quadratische oder würfelförmige Form. Und das ist tatsächlich auch die Kristallstruktur vom Natriumchlorid. Idealerweise sind die Kristalle nämlich würfelförmig. Und das zeige ich euch auch hier mal in der Nahaufnahme und auch mal in der Mikroskopaufnahme. Ja, das ist wirklich ein sehr hübsches, einfaches Kristallisationsexperiment, das ihr schon mit Kindern im Kindergartenalter machen könnt. Entweder ganz schnell, indem ihr das Wasser abdampft. Das habe ich euch hier schon mal gezeigt mit dem Abdampfen auf der Kerzenflamme in einem Esslöffel. Oder indem ihr das verdunsten lasst. Und das heißt, dann verdunstet das Wasser halt zum Beispiel auf der Fensterbank ganz langsam. Und dann entstehen diese schönen kleinen Kristallchen. Ja, schönes Experiment für die Kita bei schlechtem Wetter. Und das könnt ihr ein paar Tage beobachten, wie sich das verändert. Ja, wenn ihr Spaß am Experimentieren habt, schaut nächsten Sonntag wieder zu. Dann gibt es ein neues Experiment auf dem EntdeckerLab YouTube-Kanal. Und bis dahin sage ich, bleib neugierig und nicht glauben, ausprobieren. Tschüss!